Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei OWGOMI. Im Vorspann habt ihr ja meine Version von WALL-E gesehen, wie er über dieses hügelige Gelände gefahren ist und dabei sich der Kettenantrieb sowie die Räder sich dem Boden automatisch angepasst haben. Das ganze sieht sehr natürlich und nachvollziehbar aus. Ja, die Idee für das Tutorial kam vom Kanal DefaultCube. Der hat praktisch das grobe Setup für diesen Kettenantrieb gemacht, wie man den animieren kann. Natürlich hat er nur in dem Tutorial hier den Kettenantrieb selber dargestellt und nicht das Modell drumherum. Das stammt von mir. Da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, wenn man das realistisch oder vernünftig machen will. Hier fehlen zum Beispiel auch Texturen drauf von dem Namen und hier von dem Kontrollpanel. Ja, und hier an der Seite waren glaube ich so straffierte Warenflächen. Aber sonst sieht es schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja, in diesem Video will ich jetzt nicht alles wiederholen. Was der DefaultCube gesagt hat, da schaut ihr euch am besten das Tutorial von ihm an. Ich sage die wichtigsten Dinge, wie das Ganze hier funktioniert und was der DefaultCube weggelassen hat, ist wie sich die Räder hier drehen und automatisch mitbewegen. Das zeige ich euch noch in diesem Video. Das Herzstück dieser Animationstechnik ist das ShrinkRape Constraint, das hier auf die Räder angewendet wurde. Das projiziert diese ganze Geometrie auf die Plane, die ich hier eingetragen habe. Die Plane wurde mit einem Displacement Modifier ein bisschen verändert, sodass es Höhen und Tiefen gibt. Und bei dieser Projektion sucht sich dieses Constraint das nächste Face, so wie es hier eingestellt ist mit der Projektmethode und setzt den Ursprung dann auf dieses Face und damit das Objekt dann auch ein bisschen nach runter. Ich habe hier als Distance 1,1 eingetragen, damit das Rad nicht mit dem Ursprung, das heißt mit dem Mittelpunkt auf der Plane sitzt, sondern dass das Rad oben aufsitzt und natürlich darüber rollen kann. Wenn ihr beispielsweise nur einen Rover habt ohne Kettenantrieb, wäre das hier schon die geeignete Wahl, um das zu animieren. Dann seid ihr praktisch schon fertig. Ihr müsst nur noch die Drehbewegungen animieren und mit dem Kettenantrieb war das Ganze natürlich noch ein bisschen komplizierter. Um nicht alle Räder einzeln animieren zu müssen in der X-Richtung oder in der Y-Richtung wurden, wurde bei allen Rädern hier das Empty als Parent eingetragen und wenn ich das Empty bewege, dann bewegt sich die ganze Apparatur mit. Das ist ganz praktisch. Die Kette habe ich mit einer Baiser-Kurve modelliert. Dabei habe ich das einzelne Ketten-Element erstellt, darauf dann eine Ray-Modifier angewendet mit der Option Fit-Curve und danach noch einen Curve-Modifier, damit diese Kette sich hier der Form anpasst, die die Baiser-Kurve vorgibt. Wenn man das jetzt animiert bzw. wenn die Räder jetzt hier rauf und runter gehen, muss die Kette ja auch an den Rädern praktisch kleben bleiben und deswegen gibt es hier an jedem Ketten-Element, hier zum Beispiel gibt es einen Hook auf das jeweilige Rad, was dem am nächsten ist. Das heißt, wenn die Räder rauf und runter gehen, sorgt der Hook dafür, dass die Kette entsprechend die Bewegung mitmacht. Ein kleiner Nachteil davon ist, je nachdem wie das Gelände beschaffen ist, während ihr hier so drüber fahrt, dann, ich glaube hier sieht man es am deutlichsten, dann kann es sein, dass die Kettenlänge hier variiert. Das heißt, mit dem Fit-Curve errechnet Blender dann hier möglicherweise ein zusätzliches Ketten-Element dazu. Da das Ganze aber in Bewegung ist, macht das nicht viel aus und das sieht man auch kaum. Die Bewegung der Kette kann man ziemlich einfach animieren. Wenn ich hier mal GX drücke, dann, wenn ich mich, wenn ich das Objekt auf der X-Achse bewege, dann dreht sich auch die Kette, so wie man es haben möchte. Nur unser ganzes Objekt bewegt sich hier in Y-Richtung. Das heißt, wir haben hier noch einen Transform-Constraint angewendet mit Target MT und wenn das MT hier eine Bewegung auf der Y-Achse macht, wird diese Bewegung auf die X-Achse gemappt und ja, wenn ich hier das Objekt vorbewege, dann bewegt sich auch die Kette. Dann wollte ich noch die Räder animieren, dass sie sich drehen. Das hat der Default Cube nicht mehr gezeigt. Ich glaube nur für die Patreon-Abonnenten, da ist das zu sehen und was passiert, wenn man jetzt hier dieses Rad versucht zu drehen. Ihr seht, dass durch das Parenting dreht sich dann die ganze Apparatur mit. So was möchte man dann natürlich nicht haben. Und dann bin ich hingegangen und habe dieses ganze Rad dupliziert mit Shift-D. Das alte Rad im Render und Viewport ausgeblendet und das neue Rad dann noch mit zwei Constraints versehen, beziehungsweise mit einem Constraint. Das hier ist glaube ich das Hauptrad. Das hat hier mit zwei Keyframes die Drehbewegung animiert und dann mit einem Cycles modifier und Transform with Offset wird die Drehbewegung dann immer fortgeschrieben. Und damit ich dieses Rad nicht auch nochmal einzeln animieren muss und das aber auch nicht als Parent-Objekt das Empty hier erhalten soll, habe ich hier ein Copy Location Constraint auf das ursprüngliche Rad eingetragen. Das heißt, wenn das ursprüngliche Rad die Position ändert, dann wird das hier automatisch kopiert und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ja und die übrigen Räder haben dann ebenfalls ein Copy Location Constraint und dazu noch ein Copy Rotation Constraint. Ich wollte nicht die Drehbewegung jedes einzelnen Rad modellieren. Da hätte man vielleicht auch nochmal ein Empty machen können. Deswegen habe ich einfach die Rotation hier von meinem Hauptrad einfach kopiert. Ja und damit konnte ich die Drehanimation der Räder durchführen. Ich weiß nicht, ob es noch eine elegantere Version davon gibt, aber so hat es auf jeden Fall funktioniert. Ja, dann danke ich mich soweit fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.